ja du bist ein ganz großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zocker freunde zur heutigen auslosung eines fahrzeugs auf majestik und zwar der bravado changer der ja dort oder so eine richtung er geht das auf jeden fall muscle car und ich habe den link kopiert wie in der letzten folge werde ich den hier einfügen wartet mal ja einfügen und dann eine gewinner auslosen der derjenige der gewonnen hat hat zeit sich freitag bei mir zu melden ansonsten werden wird dann jemand anderes ausgelost das problem hatte ich nämlich mit dem pp gassi gehabt mit ins torno pegassi oder so ähnlich wie dem auch sei bis freitag habt da zeit das ist dann der 22 ja ist er ein halb der zeit euch zu melden also derjenige der jetzt gewonnen hat so fertig ist es sind ja doch zwölf kommentare diesmal und derjenige der gewonnen hat der kann auch dann weiterhin teilnehmen bei der nächsten verlosung die ab morgen dann startet pick a winner und das ist qpaw ich schreibe dir gleich noch mal in die in den kommentar dass du gewonnen hast du hast dann wie gesagt sonntag zeit dich bei mir zu melden das court sage ich dir dann bescheid wie ich dort heiße und ja das soll es gewesen sein für die leute die nicht gewonnen haben nicht verzagen einfach morgen mitmachen ein wunderschöner älterer mercedes ist am start und dann habe ich noch ein weiteres fahrzeug und dann gucke ich mal wenn ich ein gutes auto aus den kisten ziehe dass ich den dann auch noch verlose lasst gerne like und abo da und bis dahin ciao ciao